Die Top 5 Saugroboter von Samsung, unser Ranking Ich bin begeistert von meinem T-Com Staubsauger Roboter G8000. Die Saugleistung von 2700 Pascal ist beeindruckend und er reinigt zuverlässig Tierhaare, Teppiche und Hartböden. Die Wischfunktion ist ebenfalls sehr praktisch und ich bin froh, dass ich mich nicht um das Putzen kümmern muss. Die WLAN-Funktion ermöglicht es mir, den Roboter von meinem Smartphone aus zu steuern und ihn sogar von unterwegs aus laufen zu lassen. Das schwarze Design passt perfekt zu meiner Einrichtung. Ich würde den T-Com Staubsauger Roboter auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe den Saugroboter mit Wischfunktion 4500 Pascal für mein Zuhause gekauft und bin absolut begeistert von diesem Produkt. Die Lasernavigation ermöglicht es dem Roboter, jeden Winkel meines Hauses gründlich zu reinigen, einschließlich der schwer zugänglichen Bereiche. Die benutzerdefinierte Reinigungsfunktion ist auch sehr nützlich, um gezielte Bereiche zu reinigen, die ich auswählen kann. Die Laufzeit von 200 Minuten ist beeindruckend und die Kompatibilität mit Alexa macht das Bedienen des Roboters noch einfacher. Es ist auch bemerkenswert, dass es auf Teppichen und Hartböden ohne Schwierigkeiten arbeitet. Insgesamt ein tolles Produkt. Ich habe den Honetscher Saugroboter mit Wischfunktion G20 Staubsauger Roboter 3000 Pascal getestet und bin begeistert. Die 3 in 1 Funktion kehren, saugen und wischen ist ein echtes Highlight und spart mir viel Zeit. Der Roboter ist WLAN-fähig und kann per Alexa oder App gesteuert werden, was super praktisch ist. Auch mit Tierhaaren auf Teppichen oder Hartböden hat der Staubsauger keinerlei Probleme. Die Saugkraft von 3000 Pascal ist wirklich beeindruckend. Ich kann den Honetscher Saugroboter jedem empfehlen, der einen zuverlässigen Helfer im Haushalt sucht. Ich bin absolut begeistert von dem Aerobo P20 Saugroboter. Die 2800 Pascal Saugkraft sorgen dafür, dass meine Teppiche und Hartböden immer sauber sind. Besonders praktisch ist die App-Steuerung und die lange Laufzeit von 120 Minuten. Der Roboter-Staubsauger ist auch WLAN-optimiert und kann daher problemlos mit meinem Smartphone verbunden werden. Auch die Ladestation und die Fernbedienung funktionieren einwandfrei. Zudem ist der Aerobo P20 ideal für Tierhaare geeignet. Alles in allem ein tolles Produkt, das ich nur weiterempfehlen kann. Ich habe den Ticom G8000 Pro Saugroboter mit Wischfunktion 2 in 1 gekauft und ich bin absolut begeistert. Der Staubsauger Roboter hat eine starke Saugkraft von 4500 Pascal, was für alle Arten von Böden, Teppichen und Tierhaaren sehr effektiv ist. Darüber hinaus ist er leicht zu reinigen und hat eine automatische Ladefunktion. Ein weiterer Pluspunkt ist die WLAN-Funktion, die mir die Fernbedienung des Roboters ermöglicht. Ich empfehle den Ticom G8000 Pro Saugroboter mit Wischfunktion 2 in 1 jedem, der sich eine effiziente Reinigung seiner Böden wünscht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.